Moin Leute, ich bin heute nicht draußen in der Natur, ich bin heute mal im Sea-Life in Hannover und ich würde sagen, tauchen wir mal los. Hier nochmal kleine Hinweise, wie man sich verhalten sollte, natürlich nicht reinpassen, nicht hinten sich fotografieren und nicht die Aufstellung fressen. Mangroven, ich glaube, da kommen die Mangos her. Guck mal, er kriegt es nicht. Guck mal, ich bin heute Morgen, ich bin heute Morgen. So, ich glaube ich bin ein bisschen zu weit geschwommen, ich bin plötzlich mitten im Dschungel. Aber gucken wir uns auch hier um. Privat nach Futter, hier tauche ich nicht, Pirenga. Ja, ist ja auf jeden Fall schön warm. Da braucht man auch nur zu greifen. Ob der stattlich ist? Nein. Geh doch mal weg. Guck mal Kletterschildkröten. Allgemeine Kletterschildkröten. Und darunter Rochen. Jochen der Rochen. Ein kleiner Gekko Obermauer. So, die Tauchtour ist zu Ende. Ich hoffe es war für euch auch mal ganz lustig und interessant. Interessant eher weniger glaube ich. SeaLife Hannover kann ich empfehlen, die anderen kenne ich nicht. Und vielleicht seid ihr nächstes Mal wieder mit dabei. Abonnieren nicht vergessen. Liken, Kommentare drunter. Ihr wisst schon. Standard Kram. Tschüss. Tschüss. Goddess bum. Schieneower.